Immigration for Action ist eines von tausenden russischen Unternehmen, die nach dem Einmarsch Moskaus in die Ukraine in Georgien registriert wurden. Das Ziel, Russen, die vor der Mobilisierung geflohen sind, etwa bei der Wohnungssuche zu helfen. Auch Sprachkurse gehören zum Angebot. Ein Jahr nach dem Überfall auf die Ukraine gibt es in der Hauptstadt Tiflis nun russische Cafés und andere Formen der Unterhaltung, die von russischen Bürgern gegründet wurden. Die meisten ihrer Kunden sind Russen. Auch russische Buchhandlungen gibt es in der Hauptstadt. Ithaka Books ist eine von ihnen. Nach Angaben von Transparency International wurden nach Kriegsbeginn mehr als 15.000 neue Unternehmen in Georgien registriert. Aus diesem Grund glauben Experten, dass die Russen, die aus ihrem Land geflohen sind, hierbleiben werden. Die Russen Kompany, die zu den zwei, drei, drei. Wir haben in den letzten Jahren die Grenze zu Georgien überquert. Wir haben die Grenze zu Georgien überquert. Offiziellen Angaben zufolge haben seit Beginn des Krieges etwa 1,5 Millionen russische Bürger die Grenze zu Georgien überquert. Die meisten von ihnen scheinen geblieben zu sein. Viele Menschen in Georgien sind deshalb beunruhigt. Einer kürzlich durchgeführten Umfrage zufolge sind rund 70 Prozent der Einheimischen der Ansicht, dass sich die Ankunft russischer Bürger negativ auf das Land auswirke. Immer lauter werden deshalb die Forderungen nach einer Einführung einer Visumspflicht für ihren nördlichen Nachbarn.